So, grüß euch Servus. Wir wollen euch herzlich einladen zur Reifenschubse Challenge 2017 in Regensburg. Dafür braucht ihr einen Teampartner, mit dem ihr eben den Reifen hin und her schubst. Könnt ihr euch anmelden und dann eben wird das Ganze in einem Turniersystem ablaufen. Das heißt, ihr zu zweit kämpft gegen andere zwei Leute und der Gewinner schreitet dann eine Turnierstufe weiter nach oben, bis eben nur noch zwei Teams da sind und in diesem Finale wird dann eben das Gewinnerteam herauskristallisiert und dieses Gewinnerteam darf dann gegeneinander antreten. Das heißt, die beiden werden plötzlich von davor Teammates zu Rivalen und dürfen dann eben so oft den Reifen hin und her schubsen, bis der eine eben aufgibt oder bis der Reifen länger als 10 Sekunden auf dem Boden liegen bleibt. Der letztjährige Gewinner hat 92 Mal diesen Reifen hin und her geschubst und das geht es zu überbieten und ich hoffe, ihr nehmt alle schön teil. Ihr könnt euch bei uns vorne am Tresen melden oder euch per E-Mail anmelden oder kommt einfach mal bei uns im Training auf uns zu. 1.30 1.30 3.40 3.30 3.40 3.40 3.40 3.40 Okay, wir haben auch 50 Sekunden ab in den Köpfen.